Aber während dem Runa macht der doch gar nichts, oder? Ne, ne, war nach dem Runa. Hat damals direkt einen Schlag bekommen. Wir sind wieder Richtung Lieder gelaufen und Malte ist mittens gelaufen. Achtung, melee. Achtung, melee. Er ist doch auch gut genommen. Stopp. Ein Orbis auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Geht's doch ein, Max. Ne, das war mir gespawnt, ich kann einen Trick falsch erwarten. Achso, ja, ist okay. Geht's doch ein, Max. Stopp. An die Runa hochziehen. Stopp. Keiner abläuft noch Läuft außen 5 4 3 2 1 Reverberating Strike 3 3 5 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 6 6 6 6 5 6 5 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 6 7 Und Maxi auf dem weg Was hat denn das? Ja, du werden schieren Achtung 3, 4, Schausten Und Maxi auf dem weg So stabilisier die Gruppen Jetzt zwei Orbs. Noch einer. Fertig. Felt geschenkt. Fertig. 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 Achtung! Wacom Edge. Haupt Melee. Fertig. So. So, E.L.M.S. schnell. Geben auf den Ort. Runa. Warte schon den letzten. Komm schon wieder nach dem Boss. Weg vom Liedermarkt nach dem Runa. Dann entscheide ich, wo du hin möchtest, bitte. Ja, wenn ihr dich vorne und hinten um mich abkürzen wollt. Dahin ab, wo du dich hinläufst, wenn du dich zwischen euch entscheidest. Jetzt nicht diskutieren, Mann. Zwei mal Orbs jetzt. Runa. Vorsicht. Nach den Runa zu euern Ads. Wir sind jetzt. Wir sind jetzt in der Runa. Schau. 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 Apoph頻道. Desinha... Desinha lippen. auf eure marx hier geht zurück ein obleub von der mitte einer aus ab hier du hast gar nichts zu suchen die waffs haus achtung auf konzentriert euch jetzt hier die gruppe hoch und noch einer mitte ein nämlich jetzt einer ganz außen der ganz außen nämlich schützt aufkommen nach dem runa auf die ex und einfach nur leben jetzt zu schreiben und die ex zu verdrefftet ist halt gerne ziehen Wenn ihr euch gleich nicht sicher seid, wenn wir Orbs sind, bleibt einfach stehen und moved nicht unnötig. Gesu ziehen, wer low droppt. Pass auf, gleich spawnbomben und dann müsst ihr direkt in Runa kommen. Jesus, es hält zu DS. Achtung, Orbs direkt am Boss. Nicht auslösen. Wir laufen in der Mitte. Vorsicht, der läuft auch noch in der Mitte. Wir kommen wieder in der Mitte. Vorsicht von zurücklaufen und guide auf Kingora. Achtung, das Wort noch einer. Achtung, das Wort noch einer. Achtung, das weiten außen. Weich stimmt die gar nicht einfach aus. Nicht beim Tank. Weg vom Tank. Hast du? Ich hab ja. Weg vom Lila. Ja, läuft doch. The down? Nice. Die Boss. Was? Das ist ein Laus. Das war der Zoffkampf, was ich gesagt habe.